Schöne meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Loadout. Heute geht es um Pink und Purple. Let's go! Die ganzen Angebote, die ihr jetzt gleich zu sehen und zu hören bekommt, also auch die Preise, sind von Skinbaron. Wer reinkaufen möchte, guckt mal auf den Link in der Videobeschreibung, klickt einfach drauf, schaut mal in Skinbaron rein, ob die Angebote noch da sind. Das ist dann halt einfach so das, was wir eben zu dem Zeitpunkt der Erstellung gefunden haben. Sneasel hat die Liste wieder gemacht. Vielen Dank an dich, Sneasel. Kuss. Und wir fangen direkt an. Wir fangen wieder bei der P250 an. Hier haben wir einmal die Vino Primo, P250, in Fieldteste für 3,30 Euro. Ach, und es wäre vielleicht ratsam zu erwähnen, steht wahrscheinlich auch im Titel, aber egal. Dieses Inventory oder dieses Loadout kostet euch 200 Euro plus Knife und Gloves, die natürlich auch noch extra gezeigt werden. Aber nur die Skins, nur dieses Loadout kostet 200 Euro. 200,10 Euro, um genau zu sein. Wie gesagt, Vino Primo für 3,30 Euro auf Skinbaron. Let's go! Weiter geht's mit der USPS. Dort liegt der Cortex-Skin drauf für 2,35 Euro erhältlich. Ein sehr schickes Teil. Mir gefällt der sehr gut. Auf der Glocke 18 ist folgendes am Start. Der Moonrise-Skin für 71 Cent. Ja, da kann man auch auf Pattern gehen und sowas vorbei. Ich glaube, das macht kaum noch einen Unterschied vom Preis her. Aber an sich schon ein schönes Teil. Die Flora Carnivore gab es gerade vor kurzem im Livestream, woher ich erinnere mich, als kleinerer Skin, so für nebenbei. Die kosten 1,44 Euro in Wellworn. Die sehen überhaupt nicht WW aus. Wie ist es in FN? Einfach ein bisschen stärker. Hier in BS. Ich meine, klar, der Hintergrund ist schon... Da erkennt man, da wird beschnitten. Aber ja, geht voll klar. Also wie gesagt, in WW, 1,44. Auf der P2000 haben wir den Imperial Dragon Skin und hier ist es ganz wichtig, dass der eben in BS vorliegt für 2,32 Euro. Denn erst dann wird er so ein bisschen lilig, so ein bisschen lila. Das hier, nein, das hier ist die Sache in FN und da ist wirklich nur ganz, ganz wenig lila drin. Aber wenn ihr dann, wie gesagt, auf BS geht, dann habt ihr hier vorne auf jeden Fall schon, just a tip, bisschen lila hier auch. Also es ist, äh, es passt perfekt rein. Bei der FF7 wird es schön günstig und ich denke, damit hat auch jeder gerechnet mit dieser Violent Daimio, Daimio, die Diamio, der Dynamo für 21 Cent in Minimal Wear. Und auch bei der Tech9 hat man, glaube ich, nicht arg viel falsch machen können mit der Dezimator. Viel testet für 8,25 Euro. Die Xiang Yu habe ich fast, fast vergessen gehabt, dass es die ja überhaupt gibt. Gut, weil ich die ZT halt auch nicht spiele. Sehr schöner Skin. Leider halt hier in WW für 6,58 Euro. Wir können ja noch ganz kurz mal in BS... Ah, da ist er noch dunkler. Äh, ja, naja, naja, muss man halt, ich meine, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, kann man auch FT gucken, was man da so findet. Aber das, ja doch, macht den Bock schon ein bisschen fetter. Weiter geht es mit dem R8 Revolver Crazy 8. Das Teil ist aus der Recoil Collection. Also das habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Sehr schick, wenn man denn, wenn man denn so wahnsinnig ist und Revolver spielt, ne? Und, äh, wir schließen mit der Desert Eagle Comichu Dragon die Pistolen soweit ab. Schönes Teil, 11,99 Euro in FT. Also da kann man schon ein bisschen was hinblittern. Weiter geht es mit den SMGs und hier beginnen wir mit der Mac 10. Die Discothek ist hier am Stissel Minimalware 6,35 Euro. Vergesst nicht, auf Skin Barone, ran. Und auch die UMP45 hat, so wie die Glock, den Moonrise-Skin ausgerüstet für 67 Cent in Minimalware. Bei der MP5 war es ein bisschen schwieriger, aber auch hier hat man dann doch einen Skin, wo so ein bisschen Pink Purple mit am Start ist. Die MP5 Phosphor. Kosta Quanda, 3,96 Euro. Für 3,21 Euro haben wir die MP9 Mount Fuji am Stissel. Die passt wieder vollkommen ins Farbschema. Sehr schön. Minimalware übrigens. Die Pipi-Beißen ist mit dem Space Cat Skin ausgestattet in Minimalware für 91 Cent. Ja, ja. Bei meiner Lieblingswaffe, bekanntermaßen, die P90, haben wir den Teardown-Skin angebracht. Ist jetzt nicht so, aber gut, ich meine, das passt halt hier rein. Also die Mische passt hier rein. 82 Cent in Minimalware. Wer ein bisschen mehr an Pinionsen am Start hat, der kann natürlich auch zur Shalo Grave greifen. Die passt noch besser ins Schema, kostet aber halt auch direkt 3 Euro. Also muss man abwägen. Natürlich ist der Fate Skin bei der MP7 auf jeden Fall in dieser Liste vorhanden. Das war, denke ich, auch jedem klar. 4,40 Euro in FT. Man kann natürlich auch noch ein bisschen höher stapeln hier und sich halt ein schickeres Teil holen, aber dann müsst ihr halt einfach nach dem Geld gucken. Das geht dann 2, 3 Euro Schritte halt nach oben. Somit sind wir mit den SMGs fertig und gehen nun zu den Heavy Weapons. Hier beginnen wir mit der Sword of Apokalypto. Perfekt. Ich denke, perfekt trifft es ziemlich gut. 94 Cent sogar nur in Minimalware. Ein Skin, der mich jetzt auch sehr überrascht hat, ist diese Mag 7 B83 oder B183 Spektrum. Sehr schönes Teil. Es ist doch, ist das nicht irgendein Stein, irgendein Gestein, in dem man genau sowas vorfindet? Von der Lichtbrechung her wie eben auch der Anordnung. Wahrscheinlich ist es das und ich kenne mich nur nicht aus. Könnt ihr die Kommentare schreiben, wenn ihr cool seid. 1,30 Euro in Minimalware. Stopp, Bismut, oder? Jetzt muss ich doch gucken. Ja, das ist es. Bismut ist es. Yes, yes. Sehr schön. Bismut. Sieht sehr schick aus. In viel Testet kommt die Autopump dahergeschlittert. Die XOXO, super süßes Teil, passt perfekt hier rein. 1,94 Euro. Und tatsächlich haben wir bei der Nova noch ein FN-Skin dabei. Die EXO. Für 27 Cent. Und zu guter Letzt schließen wir mit der M249 Downtown. Super leckeres Teil. Passt auch perfekt hier rein. Stopp, die Negev fehlt. Negev gibt es keine, sehe ich ja gerade. Okay, dann müssen wir so durch. Was ich jetzt eben noch kurz recherchiert habe, wäre diese Negev Phoenix Stencil. Die würde noch reinpassen. Vom Preis her muss man da 5 bis 10 Euro anlegen. Und schon sind wir bei den Rifles angekommen. Die AK-47 Neon Rider, ich denke, das war auch jedem klar. Für 35 Euro und 3 Cent. NFT. Lecker Teil. Super lecker Teil. Einer meiner Lieblings-AKs. Richtig geil. Und auch der nächste Skin, der Neonora-Skin auf der M4-A4 ist exzellent. Wirklich exzellent. Minimalware, 9,67 Euro. Ja, und die Strecke reißt nicht ab. Ein weiterer, sehr schicker Skin auf der M4-A1-S. Ich glaube, das Teil, habe ich mir das sogar gekauft. Ne, ich habe es mir nicht gekauft. Ich glaube, ich habe im Stream ein, zwei Mal erwähnt, das hat mir gefällt. Und dann habe ich den Kapp. Danke. Die Electric Hive AWP liegt mit 45,06 Euro auf Minimalware hier eben auf der AWP drauf. Auch ein sehr passender und schöner Skin. Das kann man sich einfach mal wegdenken. Auf der Krieg haben wir den Pulse-Skin für 3,76 Euro in Minimalware. Der kommt mir sehr alt vor. Der ist schon sehr, sehr alt. Ich erinnere mich noch, als Sperling mit der damals aktiv reingespielt hat. Das ist halt mindestens drei Jahre her. Ich glaube, sogar noch länger, als er damit aktiv reingedödelt hat. In WW haben wir die Farmer's Rapid Eye Movement hier für 2,28 Euro. Nein, stopp. 2,36 Euro. Ja, ja. Ist ja jetzt gerade noch recht frisch, sage ich mal. Ich erinnere mich noch, als es den Aufruf dafür gab, für diese Dreams Nightmares Collection, dass man da Skins herstellt und die schicken soll. Dann werden sie vielleicht genommen. Schönes Teil. Ist einer der Gewinner-Skins. 2,28 Euro legt man hin, wenn man diese Chromatic Aberration Galila Air haben möchte. Sehr, sehr schön. Und Skin-Kenner wussten natürlich auch direkt, dass auf der Scout der Fever Dream Skin angebracht sein wird für 1,22 Euro. In Minimalware. Die Autosnipe mit dem Zerrissen Splash Jam Skin für 5,20 Euro in Field Tested. Habe ich hier Field Tested aufgemacht tatsächlich? Ja, wirklich. Die sieht wirklich so aus. Zu guter Letzt schließt die G3 SG1 Flux die Rifles ab. Dann sind wir hier mit den Skins durch. Die kostet 9,26 Euro in Field Tested. Wir sind somit bei 200,10 Euro für das eben genannte Loadout. Bis auf die P90, wenn ihr die upgradet. Da kostet es halt dann nochmal ein bisschen mehr. Die P90 stand, die Teardown bei 82 Cent. Die, die ich euch dann noch gezeigt habe, die Shallow Grave bei 5, 6, 7, 8 Euro. Je nachdem, was ihr für eine Ware holt. Da habe ich ja einfach eine Range gelassen. Muss man halt hier dann noch mit draufrechnen. Aber wenn ihr euch genau an die Angaben hier haltet, ohne die Shallow Grave, dann sind es eben 200,10 Euro. Nun folgen noch die Knives und die Gloves. Da zeige ich auch einfach die gesamte Auswahl, die Sneasel mir geschickt hat. Wir haben bei Knives einmal drei günstige und drei teure und bei Gloves einmal eine billige Version und eine teure Version. Ich muss dazu aber direkt sagen, dass diese absolut unbezahlbaren Gloves wie halt Pandaras Box oder Weiß, die sind hier jetzt halt nicht drin. Also die Sachen sind schon noch in einem gewissen Rahmen. Let's go! So, wir beginnen mit den günstigen Knives Gut Knife Ultraviolet für 91 Euro in Field Tested. Darauf folgen die Shadow Deggers Freehand, auch in Field Tested für 96 Euro. Und zu guter Letzt ein Bowie Knife Freehand für 133 Euro, auch in Field Tested. Das waren die günstigen Knives, jetzt kommen die teureren. Bei den teuren Knives haben wir einmal das Hansmann Knife Doppler in Factory Renew für 254 Euro und 10 Cent. Sneasel hat dazu geschrieben Phase 1 oder 2. Darauf folgt das Fältchen Knife Fate in FN für 256 Euro. Und zu guter Letzt ein Bayonet Ultraviolet für 322 Euro in Minimal Wear. Jetzt folgen noch die Gloves und zwar haben wir einmal die günstigere Version. Die Driver Gloves Imperial Plate für 328 Euro und 11 Cent in Well-Wern. Und zu guter Letzt die Specialist Gloves in Fate für 437 Euro und 56 Cent. Field Tested, gönnt euch Leute, das war's dann soweit. Ich bedanke mich hier wie immer bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefallen die Loadout-Geschichten nach wie vor super gut. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch Loadouts sehen wollt, also spezielle Farben euch irgendwie wünscht oder auch Kombinationen, gerne raus damit. Ich glaube, Black & White wurde bereits vorgeschlagen und Gelb oder Gold, aber das ist auch schon in der Mache. Aber alles andere haut da gerne raus. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Ran mit euch, meine Damen und Herren. Later! Dann langsam ein Kartoffelflitten esse, denn dann gib mir deine dicken fettne Mutter auf die Instagram-Messe. What?